So selten, dass hier Pferde sind. Kommt wieder hier, scheiß Erde. Ich hab fast ein ganzes Deck Kohle. Fiji. Es ist dunkel. Ja, warte. Fiji, ist echt schon ein ganzer Tag hier dran. Was für eine Verarsche. Ja, Unterhaltungswert auf Doom. Ich hab jetzt hier fast eine ganze Steinspitzhacke in den Holzweg gekloppt. Der Unterhaltungsfaktor auf Doom. Ein Tag lang zugugelte, wie der unten abbaut. Jiji. Hallo. Hallo, wie auch immer da gekommen ist. War bestimmt Lukas, da er nämlich nicht spricht. Nee. Ich bin's Blue. Ah. Ah. Wer bist du? Ein Niemand. Nein. Hören wir uns. Wir brauchen Käse. Ich lieg im Bett, jetzt beeil dich mal. Huch, fuck. Falsches Bett. Beeil dich mal. Wo bin ich denn du eigentlich? Holzhacken. Jetzt, dude, komm. Bewegt dein Arsch hierher. On the road. Ich hab schon Unterhaltungsfaktor auf Doom, weil ich abbaue. Also da unten die ganze Zeit abbaue, also mach wenigstens dummer Unterhaltungsfaktor. Mach ich doch, Junge. Sag mal unterhaltsam, laber was Blödes, irgendwas, was keiner hören will. Ein dummes Gespräch. Du kannst ja immer so gutes dummes Gespräch haben. Ja, ich hab zwei Leder. Wo hab ich denn zwei Leder her? Wo hast du denn jetzt zwei Leder her, du Kacklappen? Hab ich denn Kugel gekillt? Wenn du ne Kugel gekillt hast, dann kill ich dich. Kann ich nicht sein. Wie gesagt, wenn du ne Kugel gekillt hast, kill ich dich. Ihr meinet was. Ja. Unser Projekt. Denn, äh. Oh, what the fuck? Steady Population auf Doom. Was? Skelett Population auf Doom. Da haben erstmal random vier Skelette nebeneinander gestanden. Äh, drei, äh, drei Skelette nebeneinander. Okay. Nehmt ihr gerade auf? Ja. Ja. Cool. Und Flo, wie geht's das so? Erzähl doch mal, red doch mal mit dem Let's Play mit uns. Hier geht's ganz okay gut. Flo, was hast du heute so getan? Lava! Aufgestanden. Okay. Spannend. Kevin, wenn ne Höhle will, dann... Ja, cheesy, wo warst du denn auf der Gamescom? Überall und irgendwo. Da hat die Frauen zugeguckt. Die waren nicht nackt, die waren nur mit dem Badeanzug und Wasser. Die waren effektiv. Ja. Ah, WOT-Stand. Am WOT-Stand haben sie, äh, nämlich ohne Matrosine stehen gehabt, die getanzt haben und im Wasser oben zwei Wasserkontainer, wo dann jeweils eine drin ja Wasserkür vollzogen hat. Ah, okay. Ja, das war WOT-Stand. WOT-Stand auf Stuben. Ja, ich war, äh, überall auch, ich war auch überall und ich hab ein Autogramm von unten gespielt bekommen. Wow. Wow. Haha, gleiche Reaktion bei uns weiter. GG. Ich hätte jetzt zwar gedacht, dass du ein Autogramm von mir wolltest, aber okay. Warst du auch auf dem Video-Day? Nein. Der war zum Video. Ey, ich sehe da so ein bisschen wie Freaky. Auch so Anti-Video-Day 2014. Anti-Video-Day 2014 in Rochstock. Da hast du eine Hülle gefunden. Ja, ja, die ist direkt beim Dorf. Beim Dorf. Soll ich mitspielen? Ich hab auch mein Graved. Im Moment nicht, das war ein alleinisches Projekt zwischen dem Kacklappen und mir. Ja, das ist ein Kacklappen. Weil er stirbt nach 20 Minuten schwimmen. Aber wir haben auch bald offene Projekte. Letti! Ich muss mal eben kurz AFK. Jo. User left your channel. Kevin? Dominik? Warum? Einfach ignorieren, ja? Das ist dein Fanboy. Ja. Soll ich runterkommen in unsere Hülle, oder wie ist das? Ja, könnten wir. Könnten wir da ein bisschen... Ich hab auch ein bisschen Wolle geholt, aber ich hab mich, glaube ich, random verlaufen. Ich weiß nicht mehr, wo's zurückgeht. Na, das ist schlecht. Ja, das ist... Ah, das ist episch. Ich spiele 2 Minuten 50 vom Haus weg und hab mich schon verlaufen. Ah, da ist es. Ach, gefunden. Also es wird bei mir öfters noch vorkommen, dass ich mich random verlaufe und dann mal zurückfinde. Also in meinem Letcher Let's Play habe ich einmal so ein zweites Dorf gefunden. Weil ich hab mich bei einer Erkundungstour verlaufen und, ja, episch. Weil, ja, weil das Dorf hinten und so OP. Naja, wir haben auch schon zwei Dorf gefunden, ne? Ja, wir haben eine Mine. 5, 5 Dörfer haben wir. Laut Liste haben wir 5 Dörfer. Ja. Oder 10, die sollten nur Dörfer dazu. Nein, die 10 nicht dazu. So, ich hab denen mal um die Wolle verkauft, diese Hanwolde. Gut. Mal gucken, ob die das jetzt bauen. Hoffen wir es einfach mal, dass die größer werden. Vielleicht doch mal andere. Ich hab ne Kuh! Ne, doch nicht, war nur ein Pferd. Sorry. Wahnsinn, Dorf. So, dass ihr jetzt hier angeblichen Kühe hier nachher rennt, die absolut gar keine Kühe sind. Hier sind zwei Evil Chicken. Und diese Evil Chicken hat ein Hühnerei gehühnert. Gehühnert. Schürfen, schürfen. Und eure Mine? Die wird auch nicht tiefer hier. Doch, die ist tiefer gut. Desto tiefer sie wird, desto eher holen sie bessere Material heraus. Hallo? Ist wieder. Hallo? So. Voll leise, ich wette den hört man nicht. Und ich könnt wetten, dass es keiner was ist. Nein, es ist nicht. Ich bin immer noch Flo. Achso, du bist es wieder. Ich hab ja gesagt, ich wette den so leise, dass man ihn nicht hört. Ah, jetzt wollen sie noch Fichtenholz. Ja, jetzt bewegt lieber dein Arsch hierher, bei's Dorf, dass man in die scheiß Höhle rein gehen kann. Wir wissen damit. Man kann ja auch grad zugucken, wie die bauen. Ist immer sehr interessant, wie die bauen. Soll ich Buchstein kaufen? Ne. Kevin. Mein Unterhaltungsfaktor von meinem Let's Play ist schon auf einem Nullpunkt, weil ich vorhin einen Tag lang nur in der Mine, nur in diesem Scheiß runter, in dem Wage runter gesetzt hab und ausgebuddelt hab. Also lass mir jetzt irgendwas lustiges machen. In die Höhlerin gehen, sich selbst umhauen dabei und so. Dafür haben wir jetzt ganz viel miteinander geredet. Ja, effektives Reden ist auch immer gut, wa? Ist auch der Sinn der Sache von Minecraft. Irgendwie schon. Hier haben wir nochmal ein bisschen Gravel gefunden. Ja, und wie, äh, wie schon vorhin gesagt, wir haben acht bald Projekte, wo ihr mitmachen könnt. Nur momentan, äh, ist unser Plan erstmal das Ganze hier aufzubauen in Minecraft. Nein, ich hab diese, ich hab die Lava Quelle zugebaut anstatt zu, ach, ich bin so blöd. Ey, ich seh hier grad, wie der ein Haus baut, der macht das richtig schnell. Ich hab gesagt, der baut ein Haus, guck zu. Lava Quelle zugebaut anstatt mit mehr Dings rauszuholen. Keine Ahnung, was das wird, aber... Ist das schon wahr? Du. So, und zwar... Warum ist der zensiert? Was? Warum ist da was zensiert in der Wand? Na, das ist die Schrift von denen. Das ist ein bisschen blöd. Achso. Und zwar... Hier haben wir... Das ist auf jeden Fall schon mal größer wie vorher. Das Dorf. Ey, wo bist du hin? Ah. Loch. Da war mal Lava, die hab ich versehentlich zugebaut. Ich wollte eigentlich mal einen Eimer weg... mitnehmen, aber... Ich will ignorieren. Blödheit erleben. Ein Denier. Ich hab jetzt 1,5... 2,5 Denier Agent. Ich hab mein ganzes Holz verkauft. Das ist ein Reichgesel rein. Na, hast du Fackeln dabei? Ich hab kein Fackeln dabei. Ich hab kein mehr Holz dabei. Ich hab grad mein so gut wie ganzes Holz verkauft. Oh! Ist das Eisen zumindest? Ah! Ich hab was gehört. Skleddys. Oh, das ist eine große Hülle. Das ist eine Schlucht. Das ist ein Canyon, Junge. Wo? Wirklich? Warte. Guck mal runter. Oh, GG! Ist noch mehr. Äh. Guck mal her. Ich hab hier einen guten Ausblick. Das sieht episch aus. Guck mal da. Oh, wie süß! Guck mal, wie traurig der schaut! Warte, ich mach hier Licht. Da. 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 Sonst geht die da ohne. Geh net sterben. Gettys in Schlucht wollen. Ehh. Ist das Moosstein? Das ist Gravel. Und kann sein. Wenn du jetzt Moosstein gefunden hast, dann sag ich nur GG. Mobs. Oh! Na OP! Da du schon einen Block Kohle wegmachen. Hinten dran steht ein Skelett und schießt da in die Fresse. GG. Oh, okay. Ich brauch echt Holz. Ich hab kein Holz dabei. Ich hab 19 Fackeln jetzt. Ich hab einen Bogen. GG. Bei der Käse, ich hab hier für dich. Alter. Du könntest jeweils noch hin. Das ist eigentlich... Das wird ich jetzt mal gerne wissen. Wow! Wohohohohohohohohohoho. Wow. Ähm. Gibt es eigentlich Mobspawner? Äh. Da hinten ist Lava. Und ein Enderman. Sind du? Ich bin doch runter, da wo du mich runtergeschmissen hast. Hab ich da nicht runtergebrochen. Ähm. Doch. Du hast den Block unter mir gemacht. Nein, hab ich nicht. Äh. Gibt es eigentlich Mobs... Creeper-Mop-Spawner? Weiß ich nicht. Du hast auf jeden Fall... Mindestens ein Enderman. Zwei. Wir können die doch eh killen, oder? Ja. Wir sind doch hier auf den zwei... Überkühlen. Ja, eigentlich schon. Au! Was? Was geht die? Ah, Pussy. Da müssen wir irgendwie hochloggen. Wie ist das Soundpack? Äh. Ja, das ist übel, oder? Das war das, was du vorhin mal gehört hast. Das sind Endermans, die hin und her switchen. Weg, weg, weg! Weg, weg, weg! Käse. Ah. Dickies. Kohle habe ich ja genug. Das... Das ist Eisen. Nein. Gib mir mal Kohle, ich habe nur noch zwei. Warte. Ja, Eisen gefunden. Eisen ist immer wichtig. Eisen! Was? Wo kommst denn du her? Bist du hier gerade auf Spawnpush, die Scheiße, oder was? Eindeutig, ja. Warte, hier. Die Tür ist sehr gedankt. Ah! Aber das muss... äh, muss auch sagen... Ach, muss... Ach, Sound mäßig finde ich aber das auch sehr gut gekonnt. Also, wenn der... Wenn du hier ein Damage kassierst, ist das... Hört das sich... Relativ gut an! Oh, der Creeper hat uns in die Luft gesprengt. Wow. Wow, Kevin. Hast du Koppels noch gerade? Ich hab keinen mehr. Okay, dort, oder so? Oh doch, dort hab ich. Ich würd gerne Minen finne. Ich würd endlich gerne Karotte oder so anbaue. Hallo? Hallo? Hallo?